Einen Winkel im Bogenmaß zu verstehen ist leichter als es auf den ersten Blick aussieht. An einem Kreis mit Radius 1, dem sogenannten Einheitskreis, schaut man sich nämlich nur an, wie lang der Bogen außen herum im Vergleich zum Radius ist. Für ca. 57,3 Grad ist die Bogenlänge genau 1, der Bogen ist also genauso lang wie der Radius. Bei einem Winkel von 105 Grad hingegen wird der Bogen natürlich länger, die zugehörige Bogenlänge von 1,83 lässt sich aber ebenfalls leicht interpretieren. Der Bogen ist 1,83 mal so lang wie der Radius. Für diese 105 Grad gibt es aber noch eine zweite Darstellung im Bogenmaß, ausgedrückt durch 7,12 Pi und obwohl dich ein Pi beim Bogenmaß nicht wirklich überraschen sollte, bleibt trotzdem die Frage, was das denn nun eigentlich genau bedeutet. Erinnere dich, Pi, das war die Bogenlänge, wenn du einmal den Halbkreis, also 180 Grad, abläufst. Mit diesen 7,12 teilt man also den Bogen der Länge Pi oder den oberen Einheitskreis in 12 gleich große Teile auf. Jedes dieser Teile hat somit eine Bogenlänge von Pi zwölfteln und nun kann man ganz leicht hoch zu den 7 zwölfteln hüpfen. Genauso lässt sich auch eine Bogenlänge von 7 fünfteln Pi interpretieren. Wieder wird die obere Hälfte des Einheitskreises aufgeteilt, dieses Mal in 5 Stücke. Da der Zähler die 7 nun aber größer als der Nenner ist, braucht man noch 2 weitere. Erneut kannst du entlang des Einheitskreises die Pizzastücken abzählen und landest dann am Ende bei deinen 7 fünfteln Pi. Bleibt nur die Frage, wie man die 7 fünftel Pi nun in das Gradmaß umrechnet. Aber hey, das ist tatsächlich die einfachste Aufgabe. Denn mit diesem fundamentalen Zusammenhang hier oben kannst du einfach das Pi durch die 180 Grad ersetzen und dann deinen Taschenrechner fragen. 180 Grad durch 5 sind erst mal 36 Grad und wenn du diese noch mit 7 multiplizierst, dann kommst du auf 252 Grad. Easy peasy, oder? Meine grafische Unterstützung hilft dir hoffentlich beim Verständnis für die Angabe als Vielfaches von Pi, aber was machst du denn nun ganz konkret bei einer Übungsaufgabe? Zumindest ist nicht unmittelbar klar, wie man von 180 auf diese 135 kommen soll. Das geht auch nur mit einem Zwischenschritt und der liegt in diesen 45 Grad. Warum? Nun ja, das ist ein Teiler von beiden und mit ein bisschen Übung entwickelst du für diese Teiler sicherlich ein gutes Gespür. Die 45 passen 4 mal in die 180 und entsprechen somit 1 Viertel Pi, kurz Pi Viertel. Mit 45 mal 3 kommst du schließlich zu den 135, musst also auch die Bogenlänge von 45 Grad mit 3 multiplizieren. Schauen wir uns das Ganze nochmal grafisch an, schnappen uns wieder einen Einheitskreis, teilen diesen in 45 Grad Abschnitte und beginnen ganz links bei 180 Grad im Gradmaß bzw. Pi im Bogenmaß. Diese Balken hier zeigen dir schlichtweg wie groß der Winkel im jeweiligen Winkelmaß im Vergleich zu den 180 Grad bzw. Pi ist. 45 Grad sind 1 Viertel von 180 Grad und entsprechen damit auch 1 Viertel von Pi. Das Doppelte, 90 Grad, müssen auch das Doppelte von Pi Viertel oder die Hälfte von Pi sein. 135 Grad haben wir bereits besprochen und entsprechen den 3 Pi Vierteln. 180 Grad oder 4 Pi Viertel lassen sich zu Pi kürzen und danach geht's einfach in 45 Grad Schritten bzw. in Pi Viertel Schritten immer so weiter. 225 Grad, 5 Pi Viertel, 45 Grad obendrauf, 270 Grad und 6 Pi Viertel. Kannst du aber auch zu 3 Pi halbe kürzen. Wieder 45 Grad obendrauf, nach 6 Pi Vierteln kommen 7 Pi Viertel und zum Schluss der Vollkreis ist mit 8 Pi Viertel, gekürzt also 2 Pi. Bei einigen Winkeln findest du das Bogenmaß als Vielfaches von Pi ohne groß überlegen zu müssen. Diese 60 Grad zum Beispiel passen doch genau 3 mal in diese 180. Dementsprechend muss der Bogen auch 3 mal in Pi passen und schwuppdiwupp die Bogenlänge ist Pi Drittel. Grafisch funktioniert das wieder so wie eben, wenn man die obere Hälfte des Einheitskreises in 3 Teile einteilt. Wie eben gesehen entsprechen 60 Grad genau Pi Dritteln und von da aus kommen dann alle weiteren 60 Grad ein weiteres Pi Drittel hinzu. Zuerst 2, dann 3, dann 4 und so weiter. Und, nur damit du es mal gesehen hast, eine 30 Grad Einteilung lässt sich ebenfalls wunderbar mit Vielfachen von Pi ausdrücken. 30 Grad passen 6 mal in die 180, die Bogenlänge ist also Pi Sechstel. Und wie in der Animation davor kommen nun alle 30 Grad ein weiteres von diesen Pi Sechsteln hinzu. Diese Vielfache lässt man aber nicht einfach so stehen, denn bei einigen kann im Zähler und im Nenner noch gekürzt werden. Und zwar genau bei diesen hier. Bei einigen Winkeln heißt aber längst nicht bei allen. Nicht bei allen Winkeln findet man auf Anhieb einen günstigen Teiler und bei diesem speziellen hier mache ich das wohl auch eher mit einer Formel. Wie kannst du in diesem Video gerne nochmal nachschauen. Da haben wir uns den Ursprung der Formel zur Umrechnung vom Grad ins Bogenmaß angeschaut. Quintessenz die 84 Grad in diese Formel einsetzen und dann aber nicht alle 3 Dinge in den Taschenrechner kloppen, sondern nur die 84 durch die 180 dividieren. Da kommen 7 Fünfzehntel raus und das Pi kommt einfach hinten dran. Um die Bogenlänge eines Winkels anzugeben, gibt es also genau zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste kennst du aus dem letzten Video, bei der man die Länge des Bogens mit dem Radius des Einheitskreises vergleicht und das Verhältnis als Dezimalzahl angibt. Man fragt sich also, wie oft der Radius in die Bogenlänge passt. Bei ca. 57,3 Grad sind Radius und Bogenlänge genau gleich lang. Beide haben eine Länge von 1. Für 180 Grad hingegen vergrößert sich die Bogenlänge deutlich. Sie ist nun Pi mal, also ca. 3,14 so groß wie die Bogenlänge. Anlass genug, um das in einer neuen Schreibweise festzuhalten. Die Bogenlänge beträgt 1 mal Pi. Insbesondere die Schreibweise als Vielfache von Pi erlaubt es nun so etwas wie Pi Drittel oder Pi Viertel als Bogenlänge anzugeben. Letzteres ist bei genau 45 Grad der Fall. Die 45 Grad unterteilen den Einheitskreis nämlich in 8 die ersten 180 Grad oder Pi in 4 Teile, daher auch Pi Viertel. Alle 45 Grad nimmt die Bogenlänge nun um ein weiteres Pi Viertel zu, bis man schließlich den Einheitskreis einmal umlaufen hat. Einige von diesen Vielfachen lassen sich noch kürzen. Et voilà! Das ist alles, was du rund um das Bogenmaß wissen musst. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020